So Leute, willkommen zurück zu Borderlands 2. Ich bin hier wieder in The Dust und bin in das Skopterlager gesprungen mit dem neuen Fahrzeug. Ne, was ist das denn? Ich habe mal das andere Banditenfahrzeug genommen und das hat eine ziemlich coole Eridium. Die liegt hier einfach so rum. Eridi rum, rum, rumliegen. Ach, da kann man kein Witz bringen. Ja, ich habe das mal das andere jetzt genommen und das ist ziemlich cool. Ich habe hier gerade schon Gegner vernichtet und ich sehe gerade, dass ich hier gar nicht durchkomme mit Fahrzeug. Na, das ist ja blöd. Naja, ich zeige euch das später mal. Hat auf jeden Fall eine sehr einfache Mechanik, aber sehr effektiv, muss ich sagen. Ja, warum ich wieder hier bin, ich zeige es euch gleich. Erstmal müssen wir die Gegner platt machen. Die Hälfte haben wir hinter uns, das habt ihr nicht gesehen. Die andere machen wir zusammen. Ein Zwergoliath, wie... Nein, nein, schnell töten. Wie süß. Hey, du warst doch schon... Achso. Ich dachte, der wird noch leben. Hi. Na, auch hier. Sorry. Wollte ich nicht. Scheiße. Nein. Die Kopter halten echt gar nichts dafür aus, dass sie... Also, dafür, dass sie Fahrzeuge sind. Weil die müssen ja auch leichter und aerodynamisch sein. So, wer will hier... Auf die... Ah, ja, du. Marauder. Kein Gegner für mich. So. Wer schreit denn hier so rum? So nicht. Oh, scheiße. Ich nehme das schon wieder auf die leichte Schulter hier. Von unserer Karawane fern. Wir transportieren eine wertvolle Fahrt für Papa-Hodalp. Und ich lasse mich nicht nochmal ausrauben. Deine scheiß Karawane geht mir im Arsch vorbei. Das habe ich schon mal versucht. Ihr wisst ja, was passiert ist. Du hältst jetzt deine Schnauze. Wer? Na ja. Ich habe mich ja schon fast vergessen, mein Kleiner. So. Ne, das war's. Ihr verdammt. Kann dieser scheiß Granatwerfer hier... Vererst du? Bam! Natürlich hält er das aus. Nein, nicht mutieren. Das war knapp. Kann das Ding anvisieren? Offensichtlich nicht. Schade eigentlich. Ähm. Da ist noch ein Fuzzi. Ein Shotgun-Zwerg. Ja. Hässliche Hackfresse. Ah ja, habt ihr schon mal eine schöne Hackfresse gesehen? Die möchte ich gerne mal kennenlernen. Würde zu mir passen. Ey, nicht so nah. Ah! Ich sehe nichts. Mein Gott. Das nervt. Ich sammle mal eben Muni ein. Macht euch nichts, oder? Ja, warum wir wieder hier sind, das wurde bei Netz. Ich Idiot. Habe ganz vergessen, dass wir ja eine Feuerwaffe haben. Die ich auch überhaupt nicht die ganze Zeit benutzt habe, oder so. Ihr räucht's jetzt. Komm her. Ja. Ja, ganz recht. Ah, warte. Ich hab ja noch. Kommt ihr denn her. Alter. Nö. Nö. Jetzt sterbe ich schon wieder. Gar nicht cool. Wehe, ich sterbe jetzt. Ahaha. Ihr Flaschen. Ahaha. Ihr Flaschen. Was für Flasche? Mal ganz im Ernst. Nicht mal das können sie. Hier. Nein. Nein. Ah, ihr. Nein. Ihr scheiß Flaschen. Na super. Komm her, komm her, komm her. Ja. Nein. Es fliegt doch nicht weg. Bitte. 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 Nein. Komm schon. Ihr verdammten Bitches. Wie ich euch einfach nur. Ich werde euch alle töten. Wo komme ich jetzt raus? Wo bin ich? Da hinten ist schon wieder so eine Pisten-Ecke. Ach, hier. Lasst mich hin, Fried. Natürlich konnte ich nichts dafür. 166 Wucher. Schnauze. Hier. Du hättest jetzt dein Schnauze. Nö. So. Genau. Ja, das geschieht dir ganz recht. Ach, meine Fresse. Erste fünf Minuten und schon gestorben. Ich bin stolz auf mich. Was ist denn? Weißt du was? Hier. Genau. Bleib einfach stehen währenddessen. Während ich meine fette Nudel raushole. Okay. Jetzt zu unseren Pflichten. Die eigentlich keine sind. Aber für mich schon. Ja, die Knarre hier ist natürlich eine Feuerwaffe. Was auch sonst. Ich meine, sie macht Feuerschaden. Und, 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 und. Ja, eigentlich ist das kaum zu übersehen. Aber irgendwie habe ich das geschafft, die einfach zu vergessen. Letztes Mal. Heppah. Heppah. Schau ich da eben noch rein. Langweilig. Ach ja. Ich war ja noch nicht fertig. Also leicht nerfig sind sie ja schon, ne? Elite Marauder. Lasst mich doch einfach in Ruhe, Leute. Ich tue euch doch nichts. Passt. So, du bist hoffentlich der Letzte. Elite Marauder mit Schild. Erreicht's jetzt. Knauze. Du bist gleich dran. Ja, ich werde dich nie vergessen, mein Schatz. Genau. Hab schon coolere gesehen. Dieser Scheißding. Komm her. Komm her. Ja, so wird das nix. Flieg auf mich zu. Idiot. Haben die da einen Betrunkenen an Steuer gesetzt, oder was? Komm her. Schön wär's. Jetzt. So, hör den doch mal. Ach, dann leck mich doch. Zünde die Scheiße einfach an. Das ist keine Feuerwaffe. Was? Wie ist das keine... Was? Ich dachte, ich kann das mit Sicherheit behaupten. Was? Wie ist das keine Feuerwaffe? Willst du mich verarschen? Und wie kann eine verdammte Rakete mehrfach kein Bodyball-Netz zerstören? Das ist nicht realistisch. Hallo? Ihr seht doch, wie feurig das ist. Ganz ehrlich, scheiß auf die Kack-Mission. Toll. Super. Fast acht Minuten damit verschwendet. Nichts zu tun. Im Endeffekt. Ich bin stolz. Ach, Leute. Wir sehen uns wieder in... Keine Ahnung, wie das Kackgebiet heißt. Ah, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, da sind wir wieder. Ähm. Ja. Zeit reinzugehen. Hi. Ich bin einer von euch. Bandit und so. Ich bin einer von uns zu sein. Lasst ihn rein. Ich versuche inzwischen Hyperion wieder ans Rohr zu kriegen. Voll Idioten. Äh, äh, äh. Was? Frosch im Hals. Ich baroniere eure Festung. Das machen Freunde so unter sich. Ach so. Toll. Hi. Tja, jetzt seht ihr mal, wie das funktioniert. Man wirft Fässer. Und die Fässer respawnen auf magische Art und Weise. Ich nutze das jetzt einfach mal aus. Hui. Na los. Ich finde die Mechanik eigentlich so lächerlich. Die da einfach so fast geschleudert wird. Aber gleichzeitig finde ich sie deswegen auch wieder geil. Okay, Zeit reinzugehen. Tut das weh? Nein. Man hat uns reingelegt. Tätin. Ach was. Katalysator-Klassen-Mod. Macromancer. Finde ich nicht. Brauche ich nicht. Versuche ich erst gar nicht. Und ja, natürlich habe ich euch reingelegt. Was denkt ihr denn? Voll Idioten. Ganz ehrlich. Meine Fresse. Echt? Wo? Wer was? Wie, wo was? Slow-Motion-Szenen bedeuten nie etwas Gutes. Wer ist das? Kung-Fu-Panda? Badmau. Badmau. Einfach nur Badmau. Und seine Merry-Midgete. Die er an seinen Shit gefesselt hat. Echt? Wo denn? Ich sehe hier nichts. Badmau. Na heilige Mutter. Sieht der lustig aus. Hier Badmau. Mal brenn dir Schergen. Autsch. Aber das tut gut, was? Und er hat nicht mal eine richtige Battle-Musik. Dann sehe ich ihn auch nicht als Bossgegner an. Hier, du Idiot. Das war das. Yeah. Brenn, der Schwein. Aua, aua, aua. Shotgun tut weh. Geh weg. Geh weg, du Schadatan. Der rennt mir irgendwie nur dumm hinterher. Mehr macht er nicht. So, das war es dann, würde ich sagen. Zur Sicherheit nochmal so. Und tschüss. 1.800. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Nein. Was war das denn schon wieder? Hilfe, hör auf. Hör auf. Hör auf, verätzt zu sein. Danke. Was habe ich da aufgehoben? Irgendeine Kackwaffe? Irgendeine Kackwaffe. Tschüss. Was war das? Klassenmord? Klassenmord? Hellwitch, Klassenmord. Sirene, okay. Äh, 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 äh. Äh, keine Skiffpunkte, aber vielleicht. Drei Battle-Stoken, okay. Wie wäre es denn mit Feuerratte? Wie wäre es denn mit Schuss auf den Schaden? Wie wäre es denn... Ja, ich lasse mir das gar nicht erst durch. Shit, alle Geschwindigkeit und tschüss. Du warst verdammt easy. Was ist das? Rubberized Corrosive Cloud. Das ist ein Granatendings, Bumsdings. Und Eridium. Nice. Ähm, ja, nehme ich mit. Anlattenschaden weniger. Wie viel denn? Ähm... Was ist das denn? Ach ja, Afterburner. Ähm, 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 ähm... Ähm, ähm... Mal 6. Korrosionsschaden hat. Das hier macht auch Korrosionsschaden. Na, ich, ähm, ähm, ähm... Ähm, ähm... Ich wette, ich wette, ich kann davon sterben, Leute. Ich wette es. Deswegen, ähm, lasse ich es einfach. So. Infiltriere Bloodshot Stronghold. Da sind bestimmt die härtesten Badass, 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 Badasses drin, aber... Kein Problem, ich bin alleine, ich geh da rein, ich mach das schon. Hi, Leute! Was geht da? Bist du drin? Nö. Sehr gut. Roland muss hier irgendwo sein. Du schaffst das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, dann... Sieh zu, dass Roland nichts passiert. Dann bin natürlich nur ich schuld. Weil ich ja auch gar nicht allein die ganze Scheiße mache. Ohne jede Hilfe. Wenn wir es mal praktisch betrachten. So. Elmau brauche ich nicht. Der ist da. Naja. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Ach, das weiß ich doch. Versuch nicht zu sterben. Das weiß ich doch, Dr. Z. Aber ich vertraue ihnen trotzdem. Na los. Ich habe nur zwei Raketen. Aber was soll's. Au. Ein durchgeknallter Marauder ist gleich ein... ...ein sehr toter Marauder. Oho. Ein Badass-Nomade. Der kriegt meine letzten Raketen ab. Und mein Geschütz. Bitteschön. Los, Leute. Versuch's doch. Bäm. Bäm. Autsch. Was hast du davon? Mein Liederschild haut rein. Ey. Granada. Ich will nicht explodieren. Oh, doch. Das willst du. Wow. Cool. Ja, du hättest es wirklich wissen müssen. Du bist schuld. Liederreifel. Oh, die sind... Na ja. Na ja. Aber die ist nur grün. Also... Unter meinem Niveau. Was ist das? Hä? Ja. So nämlich. Geld. Alles klar. Weiter geht's. Was ist das? Das sieht verdächtig aus. Ein Echo. Dann lauscht mal. Und ich kämpfe während des. Lieber Roland, es ist nicht zu übersehen, dass die Blotshots, die ihr bekämpft, brachiale Feuerkraft haben. Alles sind in der Stellung gebracht. Und ihr könnt eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausüsten Packfleisch kaufen beim Verein und den Zähn, Blotshots und den Zähn, Blotshots und den Zähn, 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 Zähn. Sorry, ich wusste nicht, dass das wieder so laut ist. Und das Geschütz hat gerade so überlebt, weil das einfach das Beste, der auf der Welt ist. Hi, Psycho. Guck mich nicht so an. Ich schock dir, guck mich nicht so an. Hi, Nomade. Wo guckst du bitte hin? Hier bin ich. Ohohohohohohohoho. Da ist schon wieder so ein Kackfass. Da gehe ich gar nicht erst drauf ein. Die Granate ist immer richtig cool. Was ist das? Heilige Scheiße haut die rein. Warum sagt mir das denn niemand? Nö, die leg ich nicht weg. Nö, nö, nö. Nie im Leben. Wow, ein Bruiser. Der ist neu. Bruiser hört sich sehr nett an. Yo. Nein, dieses Kack fasst schon wieder. Dieses Kack fasst schon wieder. Ich wusste es. Das wird immer noch zum Verhängnis. Du bist nur ein Nomade. Das ist kein Problem. Du vielleicht schon hier. Bitteschön. Ich hab keine mehr. Idiot. So. Verdammt. Mehr Granaten. Hab ich auch nicht. Scheiße. Das trifft sich halt gar nicht gut. Ich brauch Money. Und vorhin, das war ja ein Tape von Marcus. Interessant. Ja. Money, bitte. Yes. Ich hab wieder geschützt, Leute. Yo. Dreh mir nie den Rücken zu. Das bringt einfach mal satte 500 Erfahrungen, das Ding. Wow. Ich sag dir, du sollst aufhören. Danke. Okay. Tja. Tja, ist das mit X? War wohl nix, hä? Pissnäge. Money. Nice. Immer noch keine Raketen. Nicht so nice. Was ist das? Nö. Was? Ach so. Naja. Egal. Weiß. Ha. Weiße Sachen brauch ich nicht. Money bräuchte ich. Kein Geld. Das war ne Rakete, oder? Ziemlich sicher. Jawohl, ja. Oh, scheiße. Schon wieder? Wie viele von denen kommen jetzt eigentlich? Ha, ha, ha. Leichnam? Was für ein Leichnam? Oder sprichst du etwa von dir? Ja, 100.000. Bitte. Ne, boah. Ich beeil mich. Lady. Ich beeil mich immer. Wer quietscht doch schon wieder rum? Oh mein Gott, ein Banditurret. Nicht tun. Oh, hey. Ja, ja, ja. Schlag mich vor. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Diese Selbstmord-Heinies. Nicht schon wieder. Nein, auf, du Idiot. Und, danke. Oh Gott. Manchmal, äh, bin ich echt so leichtsinnig. Es kommt schon. Uncool. Ich, ja gut. Wo bist du denn? Hm. Trifft das? Ja, das trifft. Ich glaube, der Raketenwehr verbehalte ich auch mal. Alter. Okay, Bruiser haben offensichtlich Shotguns. Aber keine Ahnung, was er denen so besonders ist. Allzu viel halten sie nicht aus. Nächstes Level. Wie hat er mich genannt? Der nennt mich hässlich? Schaut das mal euch an. Heidegescheiße. Wo kommst du denn her? Normaden-Folterer. Der leckt mich am Arsch. Was ist das für ein Ding? Ach, das ist so ein, äh, so ein Typ wie dieser Mad Porder, wie der hieß. Weiß ich gar nicht mehr. So, hab ich noch Arketen? Eine. Für dich, mein Freund. Oh, oh, ich werde abhauen, aber noch nicht jetzt. Erst wenn ihr tot seid. Oh, la, 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 la. Tot. So viel tot. Ich liebe tot. Tot macht Ruhe. Und Ruhe tut gut.